Wir stehen hier vor dem Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft in Neu-Isenburg. Die Sonne scheint, das erste Training ist absolviert. Fünf Spieler fehlten heute Morgen noch, haben regenerativ im Hotel gearbeitet. Morgen sollen sie aber schon wieder dabei sein. Nach dem Training haben heute sowohl DFB-Direktor Oliver Biaf als auch Kapitän Manuel Neuer bei der Pressekonferenz gesprochen. Es ging neben dem schrecklichen Krieg in der Ukraine auch schon um das Thema Katar und die Bedingungen dort vor Ort. In Anbetracht dieses Starts hat Oliver Biaf heute Abend ins Mannschaftshotel Gäste eingeladen. Unter anderem werden Leute der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Neu-Isenburg zur Mannschaft sprechen, sollen erst einen Eindruck geben, wie die Situation in Katar aussieht. Es wurde natürlich auch über das Sportliche gesprochen. Am Samstag geht es in Sinsheim gegen Israel und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande. Dort will Trainer Hansi Flick sicherlich noch ein bisschen was ausprobieren. Oliver Biaf hat auch noch mal betont, dass es jetzt der Startschuss ist. Der Fokus ist bereits jetzt auf die WM gelegt. Er hat gesagt, die WM, das kann man nicht über Nacht anknipsen, sondern man muss sich bereits jetzt ab April, Mai darauf vorbereiten. Und die entscheidenden Spiele für den Kader stehen dann sicherlich im Juni an, wenn es in der Nations League unter anderem gegen Italien und England geht. Mit Blick auf das Spiel am Samstag sind 21.200 Tickets bisher verkauft. Die Nationalmannschaft wird auch ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine. Sie werden mit Peace-Logo auf den Trikots und auf den Trainingsanzügen auflaufen, auch im Mittelkreis und auf den Banden soll es Aktionen, Proteste gegen den schrecklichen Krieg in der Ukraine geben, zu dem sich auch Biaf und Neuer noch mal geäußert haben. Unter anderem gab es auch eine Spende von 100.000 Euro für die Betroffenen des Krieges. Und man merkt den Nationalspielern und auch den Verantwortlichen durchaus an, dass diese Bilder, die da jeden Tag rüberschwappen, auch an den Nationalspielern nicht spurlos vorübergehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017